Ich kratze mal mit so'n Zollshock und letztens ist der Zollshock abgebrochen. Dann steckt der jetzt mal das Stück Kreuz am Gips drin, dann muss ich das mal rauskriegen. Der die bescheuert. Und mein Auto kommt auch bald in der Weg statt. Mit TÜV und so alles gemacht und dann kann man es auch schon wieder anmelden. Oh geil! Und dann kann ich wieder rumkriegen. Hm? Noch einer? Ja. Ja. Ich kann nicht wirklich helfen. Für was? Ja, darf ich eh noch mit dem Eis essen? Wie der auch noch Eis isst. Da bahnt sich was an. Er sagt so viel Kaffee trinken, ich sag's will neun. Ich will auch n' Eis. Wenn Eis nicht drin. Ich will auch n' Eis. Dann ist sie hier angetaun mit dem Kind und dann muss das hier gespürzen. Gibt's keine Milchshake? Oh. Kräuter Milchshake. Oh. Oh ja nicht. Weih. Das ist auch nur Eis. Milch. Ich will wieder nach Pula. Das ist besser Eis. Wenn mein Auto fällt, jetzt fahren wir kurz nach Pula und dann... F2L schluss. Weißen dann wieder zurück. Ja, nur wegen Eis. Oh, gerade schon wieder zwei gelegt, Alter. Wuh! Jetzt sind schon vier Kills auf Uwe. Krasser Typ. Krasser Typ. Alter, ich habe es nicht verlernt. Zu viele Jetpacks hier. WTF? Ja. So, diese Höhenrauschdinge nehme ich jetzt nicht mit. Jetpacks sind auch kreise. Ich hasste Jetpacks eigentlich. Ja, aber den brauchst du glaub ich in dem Modus. Ja, ja, aber ich habe die trotzdem gemacht, weil ich kann auf dem Boden halt besser agieren, so. Ist das ein doppelläufiges Schrotverlöser? Uuuuh. Party all the time, party all the time, party all the time, party all the time. My girl wants to... Oh, Uwe. Ne, hat noch weniger. Hat auch noch weniger. Mach' ich nur scheiße mit, oder? Scheiße, scheiße, scheiße. Die haben nur scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, weil die jetzt alle hergekommen sind, ne? Ich kann nicht eigentlich bleiben, alter. Das muss mit Campy. Campy unterwegs sein. Ich kann ja snipen, alter. In dem Modus. Hm. My girl wants to party all the time, party all the time. Ach, hier hat 13 Leute noch. Oh. Da kommt eine Vorratslieferung, alles klar. Oder hat jemand aufgemacht? Hm. Sorry, dauert bei mir ein bisschen. Hehe. Da ist einer. Da sind zwei. Stimmt, das sind Teams, alter. What the fuck? Ich kämpfe die ganze Zeit gegen Teams? Ja, das ist halt alle... Ja, das ist Team Modus. Weißt du das nicht? Nein. Mach die Robbe. Robbe. Mach die Robbe, Robbe, Robbe. Hast du Montem Hater Interview gesehen? Ja, bestimmt, oder? Hm. Ich hab dicke Lippen, dicke Lippen, dicke Lippen. Hm. Das ist right? Hm. Kannst du mir jetzt mal gesagt, dass du die Lippen hast? Hm. Die Robbe. Die Robbe. Einfach die Robbe. Das ist total dumm. Ich kann das nicht machen. Wird's jetzt ernstlich die Robbe machen? Wie macht er die Robbe? Wartierst das gerade mal? Mit den Armen umgekehrt klatschen, oder? Au, au. Jetzt musst du hochhüpfen. Du musst hochhüpfen. Das geht nicht! Doch, die kleine kriegst du auch hin. Ja. Ah, ach, ach, ach. Der wäre schuld. Ich hab die Rolle gemacht. Ich hab die Rolle gemacht. Ich hab gesagt, sie kommt nicht mal mehr hoch an. GTA 5 hat für Rockstar Games über 5 Milliarden Euro eingespielt. In Oktober erscheint das nächste Spiel des Studios. Wetter Redemption 2, hab mich zu sehen. Wetter Redemption 2. Wetter Redemption 2. Aber Online-Modus, der geht erst ab November los, ne? Ja, komm ey, ist doch auch gut, find ich. Lass erstmal die Leute die Kampagne sorgen. Erstmal die Story, ja. Da würde ich ein Let's Play draus machen. Da würde ich ein Let's Gay draus machen. Ich würde ein Let's Gay draus machen. Ja. Warum nicht? Lass uns schwul sein. Lass uns schwul sein. Let's Gay. Let's Gay... Daraus würde ich ein Let's Gay machen. Willkommen zum neuen Let's Gay, hallo. Willkommen zum neuen Let's Gay, hallo. Das wird so richtig putzig. Scheintet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Gay mit Martin. Oh, ich glaube, wir sind so feiert, Alter. Sonst könnte ich echt mal machen. Hallo, Freunde. Willkommen zum neuen Let's Gay. Das ist so richtig Drag-Queen-mäßig so. Hör auf. 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 Und heute scheiße, man hört ja den ganzen Schild jetzt hier, oder? Willkommen zu Weimland's Game! Oh fuck, Alter. Ich bin jetzt gay, ey. Okay. Monster ist ein Angebot im Rossmann. Kannst du uns nach einem Monster einholen? Ich bin schon der Monster. Ja! Wuh! Hast du einen epischen geholt? Ja! GZ Upload! GZ Upload! Boom! Sehr schön! Wuh! Geil! Und das auch noch in einem Teamplay, Alter. What the fuck?